einen schönen guten morgen liebe zuschauer zum heutigen jfd live trading tv bzw dem jfd devisenradar hier ist ja ohnehin alles live und wir wollen sie stets und ständig mit news versorgen um den markt und das geschehen und wenn sie hier die schweizer franken pairs betrachtet haben dann fällt hier ganz klar ins auge dass hier ja seit einigen minuten um nicht zu sagen seit gut einer dreiviertel stunde hier der markt sichtlich in die knie geht also der schwarzer franken hier deutlich aufwertet in einem sehr sehr starken momentum hier nach oben raus zieht und das ist genau der grund warum wir diese paar heute noch mal in den fokus nehmen wollen wir hatten ja gestern erst den us dollar gegenüber dem schwarzer franken schon im fokus vor dem hintergrund dass eben hier der markt beziehungsweise die schartechnische tendenz schon nach unten tropfte so richtig bewegung ist da nicht aufgekommen muss man letztlich sagen aber unterm strich hat sich ja dann hier insbesondere heute dann jetzt hier dieser sich andeutende negative tendenz letztlich verschärft wir sahen hier sowohl beim us dollar gegenüber dem schweizer franken als auch beim britischen von gegenüber dem schweizer franken hier die synergie also praktisch hier diese asia range jeweils hier in dem orangen rechteck diese nach unten aufgelöst wurden und interessant ist eben hierbei dass wir grundsätzlich gestern auch auf gottmo trader sogar selbst hier das britische von gegenüber dem schweizer franken mit einer inversen sks lokalisiert hatten das sah schon mal ganz interessant aus aber mit den jetzigen bewegungen ist das hier natürlich schon wieder ein stück weit relativiert und wir sehen jetzt hier wie beide währungspaare eben aufgrund der stärke des schwarzer frankens nach unten wegbrechen und hier insbesondere natürlich den pivot punkt auch weit hinter sich lassen die frage ist eben was jetzt noch geht und das ist natürlich bei solchen korrektur bewegung immer die wichtigste frage vor dem hintergrund sie sehen hier die range ist bereits 88 pips gelaufen also wir sind hier schon 88 pips nach unten gezogen und das gleiche also beim us dollar gegenüber schweizer franken hier beim britisch pound schwarzer franken sind es 142 pips und wir haben im prinzip gerade hier beim schweizer franken im kontext des britischen funds hier die daily range schon ausgeschöpft hier ist im prinzip schon das mögliche potenzial am limit viel mehr geht jetzt offensichtlich auch nicht rein von der statistik her rein von dem range verhalten während der letzten 14 tage eben sind wir schon völlig ausgeschöpft der einzigste der sich hier noch ein bisschen mit potenzial darstellt ist hier die bewegungsmöglichkeiten des us dollar gegenüber dem schwarzer franken der eben hier ja aufzeigt dass es sich im ausdehnungsfall wenn es unter das vorwochentief geht hier noch bis zu einem preisverfall richtung 0 92 15 gehen könnte also vom heutigen tagestief ist das nicht mehr ganz so viel aber interessanterweise das will ich nicht vorhanden halten hatten wir diese beiden pattern heute schon relativ frühzeitig hier in einer immer mal wieder auch vorgestellten fuzi schrägstrich vektor logik und das will ich Ihnen gerade mal zeigen da gab es nämlich heute morgen hier entsprechend beim us dollar gegenüber dem schwarzer franken und beim britischen fund gegenüber dem schwarzer franken eben hier die situation dass der markt beziehungsweise die vektor fuzi logik hier negative pattern voraussah und in der regel sie kennen das stellen wir das immer wieder vor um ihm praktisch da auch hier so ein stück weit einblick zu geben was denn hier die statistischen kennzahlen sagen und wir sind hier beim us dollar gegenüber dem schwarzer franken hier in einem klaren abwärts impuls und hier hatten wir eben das statistische pattern was letztlich sagt dass während der letzten rund 15 jahre hier in 279 fällen mit einer trefferquote von rund 62 prozent der markt um 73 0,73 prozent viel und beim schwarzer franken haben wir sogar beim britischen fund gegenüber dem schwarzer franken haben wir sogar zwei pattern die hier sogar dann noch mit einer höheren relevanz einhergehen nämlich hier der punkt dessen dass es hier sich sogar um 360 wiederholungen rund um einer trefferquote von 66 prozent handelt dass es eben abwärts gehen kann und das wie gesagt schon vorbörslich hier diese indikation dass es nach unten weg tropfen könnte ist doch meines erachtens doch schon ganz interessant wie ich finde und so muss man das natürlich dann auch sehen wie die frage denn hier grundsätzlich weiter gehen kann gut jetzt muss man mal sehen was der markt jetzt noch macht letztlich wie gesagt es sind hier schon viele vorschlusslorbeeren jetzt rausgeschossen news technisch muss man jetzt noch mal direkt nach den ursachen suchen was hier genau der hintergrund dessen ist und wenn man da hier praktisch schaut und hier speziell zum beispiel andaya in die obhut nimmt dann haben wir zum beispiel hier die tatsache dass fundamentale nachrichten nicht vorliegen aber der einwichtige reposatz für den us dollar wurde um 0,02 prozent angehoben heißt es das ist aber teil der wöchentlichen agenda ja morgen gibt es dann noch einen zinsentscheid in der schweiz der eigentlich relativ wenige überraschungen beinhaltet heute wie gesagt ja dann noch die zinsentscheidung der fed am abend auch hier wird grundsätzlich nichts erwartet einzig statements über einen genaueren termin aber wohl möglich wird man wieder schwammig bleiben grundsätzlich hier die aktuelle reaktion beim us dollar schweizer franken britisch von schwarzer franken und dem schweizer franken in form seiner stärke generell interessant doch hier ist alles schon innerhalb von noch nicht mal einer stunde gelaufen sie sehen es an den erschöpften rangers das einzige wäre natürlich wenn wir jetzt hier deutlich über die rangers hinaus ziehen zum beispiel bis zum vormonatstief beim us dollar gegenüber dem schwarzer franken oder auch bis zum vor wochentief beim britischen fund gegenüber dem schwarzer franken das wären jetzt hier noch enorme korrektur szenarien aber diesen ja rein reinstechnisch fast schon nicht möglich das sprechen wir hier über mehrere hundert pips dies nach unten gehen könnte aber generell sehr sehr interessant was sich hier immer auftut wenn die asia ranges zum beispiel eben durchbrochen werden und wenn das ganz gut zusammenpasst mit statistischen pattern wie in dem fall heute dann kann sich hier doch der ein oder andere ein stieg lohn letztlich ganz klar negatives momentum wir haben wie gesagt keine fundamentalen nachrichten vorliegen doch grundsätzlich hier die ersten chancen des tages sind bereits frühzeitig abgearbeitet wurden die anderen währungspaare bieten hierbei durchaus noch potenzial schauen sie hier zum beispiel aber da muss man auch heute aufpassen auf den euro gegenüber dem us dollar der ist gerade erst 39 pips gelaufen da ist sicherlich noch was möglich aber generell gerade heute vor dem zinsentscheid obacht manchmal sollte man sich hier auch insbesondere mit mehr zurückhaltung und sonst als sonst üben denn solche news bedingten ausschläge sind stets nicht so einfach einzufangen in diesem sinne liebe zuschauer danke für ihren clip für ihren einschalten und wünsche ihnen jetzt noch erfolgreichen handelstag nachher nehmen wir uns noch mal den dax unter die lupe der gestern hier sehr sehr eindrucksvoll mit der hammer hammer kerze rewürselt hat das wie gesagt nachher noch auf dem jfd desktop ich sage erstmal danke fürs einschalten noch einen erfolgreichen tag an alle und wenn sie mögen bis später ihr christian kämmerer und tschüss